Hi, ich bin Julia Bermann. Ich habe ein recht verrücktes Hobby. Ich baue solche Dinge. Ich konstruiere die, ich stelle die her, ich lackiere die, baue kleine Spielereien ein. Und das mache ich jetzt schon seit circa vier Jahren. Und ich nehme mit den Figuren oder mit den Charakteren an Wettbewerben teil. Ich fliege damit durch die Welt, ich besuche Conventions. Warum Transformers? Das kann ich gar nicht so genau beantworten, muss ich sagen. Ich meine, Roboter sind cool. Es gibt unheimlich viele Charaktere. Die Hintergrundstory ist eigentlich viel komplexer, als man in diesen Kinofilmen zum Beispiel erfährt. Und einfach unheimlich viele verschiedene Charaktere mit verschiedenen Eigenschaften, mit verschiedenen Bauweisen. Jeder einzelne Roboter sieht anders aus. Man muss ihn anders spielen. Das, was ich mache, ist eigentlich eher so eine Mischung aus Schauspiel, Kunst und ein bisschen Modeling auch. Also, so sieht das Ergebnis dann aus. So stiefel ich dann über die Conventions und erschrecke Menschen und mache neue Freunde und treffe andere Transformer. Ja, und dann haben wir immer einen Riesenspaß, würde ich sagen. Jetzt는bewerbenкой. Aus. 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 Aus.